ARD Text im Auftrag von Funk Scheiße. Nee, da war ich nicht drüber, du. Nein? No way. Du musst einfach nur die Schuhe erwischen. Das ist nicht mein Ding, das ist so eng. Ja. Aber was war denn da jetzt? Ich vermute mal, ich bin da irgendwie gegen Holz gekommen oder so. Keine Ahnung. Ja? Das Auto passt gerade so da rein. No way.